Willkommen zu einem neuen Video, jetzt habe ich hier die Hundekacke, ne Hundehaufen Von Leslie, es gab schon mal ein Video, Babykacke von Leslie, das wird einfach komplett einmal das gleiche sein Ja, hat gut gefressen, 2,40, ist natürlich teuer Und ansonsten würde ich sagen, geht's mal los zur Zündung, 2 Gramm Auf geht's, mal sehen was Frosty dazu sagt So, da ist er, da Frosty Und der Hund, der macht jetzt seinen Haufen, einfach direkt vor Frosty dorthin Ob das nicht frech ist? Ah Er hat ganz schön was an Chili gefressen wohl Für den Preis möchte man ja auch erwarten, dass das funktioniert Oh meine Güte, der hat einen ganz schönen Haufen gemacht Aber jetzt ist er auch schon wieder weg, das ist nämlich nur Asche Ich wollte nicht, dass der Hund abfackelt Okay, ihr habt es gesehen, das funktioniert Schöner Scherzartikel kann man sagen Und dann tschüss, bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Mal Ciao 210 Vielen Dank.